Ich hoffe mal, dass die anderen jetzt nicht... Doch, es geht einfach weiter, gut. Du, es fliegt! So, zielen, peilen, Feuer! Nicht in den Kaktus laufen. Haha! Ha! Ein Mond für dich! Wuhu! Es sieht so mega deplatziert aus mit dem Taxi und dem Typen. Okay, ich dachte, wir hätten mal was draufschmeißen können. Ein Kunde wartet still auf mich. Aber so wie es aussieht, komme ich hier erstmal nicht weg. Okay, anscheinend nicht. Vielleicht brauche ich da irgendein Special Outfit ja dafür. Kann ja auch sein. Man weiß es nicht, was alles bedeuten. Da steht einer mit Ausrufezeichen. Na! Das Brautpaar ist dort hinein. Ich glaube, es hat es auf den legendären Ring der Einheit abgesehen. Ich glaube, das habe ich heute schon zehnmal gehört. Der Ring der Einheit! Das Innere der Kraftstand-Pyramide. Kann ich gerade sagen. Ich glaube, da muss ich mir die Kugel geben. Hahaha! Oh! Ich hätte jetzt doch erwartet, dass es da etwas gibt. Oh Gott, das sieht aus wie Schwerkraftabschnitte. Oh! Okay. Es kommt auch, wenn man eine Röhre auf dem Willen auf den Chat achtet. Der heute mal wieder maulfaul ist. Ja! Oh Gott, ist das ungewohnt. Bäh! Haha! Nicht mit mir! Ich habe den Riss gesehen! Ein Mond für dich! Mit so sehr Kopfstandwandmalerei! Oh wei! Brie! Rinn! Sagte! Rinn! Nöh! Boah! Verdammt! Hahaha! Brie, 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 brie. Pfff! Ex für dich 3D! Danke. Hier. Nein. Dankeschön. Bäää. Wie bestellt. Kommen wir her, Kumpel. Und schuuuup. Bum. Okay, hier können wir aber, glaube ich, keine hundertprozentige komplette Kittenreaktion abfeuern bei den Dingern. Nein. Weil er sich manche Münzen von alleine aufsammelt und manche nicht. Aber Princes ist in another car, den Weitsprung kann man auch wieder. Da kommen die Hasis wieder. Broda. Er sucht eine ringende Einheit. Den hat der Chef sich schon gegrallt. Ihr arm Schnüffler seid leider nicht zu seiner Hochzeit eingeladen. Wow. Falsche Taste. Bäää. Okay. Alles klar. Aaaaah. Aaaaaah. Ach so. Ahohohohoh. Ahohohohoho. Ahohohohoho. Ahohohoho. Na komm, wo ist die Große? Hier kommt die Arzellerie, ich hab gerade ein Pentagramm gemalt, ein Bombergramm, au, okay, oh gut, das geht sogar schon früher, hallo! Da bist du platt, was? Hey, Bonny! Und wieder ein Dreiermond, ein Multimond für dich, Kopfsteinpyramide Showdown! Das Loch in der Wüste! Diese miese Brodal hat's uns echt nicht leicht gemacht, aber wir greifen uns weiterhin unsere Monde! Oh, die Kopfsteinpyramide schwebt! Und es ist sicherlich, es ist erheblich kälter geworden! Dieser Bursa am Werk, dieser Kerl bringt immer nur alles durcheinander! Warum leuchtet dort ein Vogel? Ist das der lila Leuchtegeier? Ich kann mich nicht erinnern, dass das vorhin schon mal da gewesen ist! So, was? Bäh! Ja, genau! Der, der am nächsten steht, der wird natürlich nicht angegriffen! Reisetyp Hechtsprung! Wenn du richtig weit springen oder noch schneller als beim normalen Rennen möglich sein möchtest, dann renn, duck dich und spring! Du machst einen Hechtsprung und hüpfst davon! Makishi44, grüß dich! Na, was macht die Kunst? Highs of Mario Odyssey, hm? Sagt er da Luigi? Luigi! Ich glaube zwar nicht, aber lassen wir das mal so im Raum stehen! Macht mal schneller eure Chat-Buttons auf! Wie viel haben wir denn? 28? Jawohl! Hm, nein! Ring! Gott, mit der Mütze ist hier das... Ich hab deine Klamatten, cool! Oh, ich bin so fertig! Ai, ai, ai! El Sombrero, so, wo war denn jetzt hier der, was, Miauxi, wie geht's dir, ich bin das Miauxi, von dem du sicherlich schon gehört hast, wenn du möchtest, stehe ich dir 30 Mönchs zur Verfügung, na, was sagst du, du hast ja keine Ahnung, was dir entgeht. Oh, angefangen zu wachsen, hoppala, ein Mond, du wirst ein Flora Samen auf dem Platz, bum 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 bum, Ah, hier war, hier ist ja der, der kleine Geier, Luigi, ah, ok, am Pole kann man klettern, und den Pole Jump kann man auch wieder, Wo war denn jetzt die Party, verdammt, Geh mit, Oh, cool, hier gibt's Eis, Entschuldigung, Den Gott, ich will jetzt nicht verkneifen, Ne, war der eben nicht schon offen? Was war denn hier, der Three Moon Saloon, oder was? Spiel eine Runde Jackpot als Spiel, das dir eine Brutzelebene aus der ganzen Welt erobert hat, Zehn Mönchs bekomme ich von dir für ein Spielchen, wie wär's mit nem Röntgen? Wenn du gewinnst, winkt dir ein Mond, an deiner Stelle würde ich diese Chance dir nicht entgehen lassen, Ja, wir wollen, aber ich sollte nicht B drücken, Weißt du, dann kommen wir gleich zum Bolle, wären gut, Boom, Ein Mond für dich, Jackpot im Wüstenland, Oh, er freut sich für mich, Nicht wie im Zelda, wo die, äh, Die, ähm, Charaktere dann, ähm, Noch am Motzen sind. Jetzt hat das leider nicht so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. Na ja. Warum funktioniert der Schütteln nicht mehr? Da bin ich nicht mal bescheißen. So. Ring. Danke und tschüss. Da, 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 da. Müzen, ha, 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 ha. Wo stand denn der Mariachi an der Hintertür? Das war doch irgendwo hier vorne. Oh, wer hat's denn hier eingefroren? Okay. Okay. Okay, wenn der Sombrero kam wohl auch keine neuen, äh, Specials mehr dazu. Sag mal, bin ich hier blöd oder was? Was? Okay, klasse. Gasflaschen kann ich nicht zertrümmern. Kaboow. Hm. Lade. Lade. Ach ne, das ist ja normal. Da ist ja nix mit Party, weil... Nacht. Ne, hier ist sie... Boah. So, andere Länder, andere Setten. Zieh dich an wie wir. Mach Party wie wir. Das ist unser Motto. Fetziger Hut. Check, verrückter Poncho. Check. Du bist der Party würdig. Hinein mit dir, mein Freund. Das ist mein Freund. Es ist mein Freund. Pardio. Okay. Mariachi Mario. Ein Mond für dich. Tanzen mit neuen Freunden. Könnt auch mal fegen hier. Ganz staubig in der Bude. Dann mal weiter im Text. Wo gehen wir denn hin? Der Vogel hat bestimmt auch noch einen Mond am Start. Das ist wieder einer von den komischen Steinen, mit dem wir keinen Plan haben, was wir damit machen müssen können. Schrägstrich sollen. Achso. Ich muss schütteln fürs Rollen. Achso. Achso. Ich muss schütteln fürs Rollen. Ah. Okay. Die Dinger ummurmeln geht auch nicht. Aha. Ja. Das war unfair. Hahaha. Für die Kettenreaktion hätte ich jetzt mindestens einen Mond erwartet. Booh. Oh, da drüben haben wir. Da liegt noch einfach mal so einer rum. Da lümmelt ein Mond. Ach ja. Au. Nicht mal ein Angriff. Booh. Hm. Haha. Zombies. Wer hat der denn rum? Den hab ich doch eben gesehen. Oh. Okay. Wubbel, wubbel, wubbel. Wubbel, wubbel, wubbel. Dann gucken wir halt einfach mal, dass wir zur Pyramidonis kommen. Ich glaube ich muss den Gumbel damit umrühren. Das ist sad. Ich glaube ich muss den Gumbel damit umrühren. Kugelwilli. Ah, da drüben haben wir einen. Können wir doch garantieren. Hahahaha. Kugelwilli holen. Hallo. Winn, winn. Ein Mond für dich. Winn. Ich отвечマen. Untertitelung des ZDF, 2020